Hallo Leute, ich bin LeGainKiller und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einem kleinen Video. Und hier ein kleines Battlepack Opening, beziehungsweise Battlepacks öffnen. Ich habe das Ganze live aufgenommen und da hat mir das Ganze aber nicht so gefallen, deswegen werde ich das Ganze jetzt erstmal nachkommentieren. Ihr könnt das Video im Hintergrund genießen oder auch einfach nicht. Und ja, ich habe mich irgendwann verzählt, ich wollte 10 Battlepacks aufmachen und habe dann nach 8 schon aufgehört. Deswegen habe ich am Ende nochmal zwei Stück herangeschnitten, aber soviel zu dem Thema. Und ich wollte euch einfach in dem Video fragen, welche Videos ihr denn jetzt auf meinem Kanal sehen wollt. Wollt ihr jetzt zum Beispiel ein paar Tutorials vor mir sehen? Zum Beispiel soll ich die ganzen Klassen durchgehen? Irgendwelche Tutorials zu bestimmten Waffen, wie ich damit spiele, wie ich mit verschiedenen Klassen spiele? Zum Beispiel habe ich mir überlegt, mit dem Sniper zum Beispiel ein paar Sachen zu machen, zu zeigen, wie man diese Köpfe vielleicht benutzen könnte, wie man dieses Schutzschild benutzt, wie man diese K-Munition benutzt. Denn da haben, glaube ich, viele Probleme mit, wie man diese Munition richtig benutzt. Ansonsten habe ich mir überlegt, eventuell ein paar Commentaries zu machen, um so eine Art Diskussion anzuregen. Da könnte ich eventuell auch mir immer ein, zwei Zuschauer rauspicken, wenn ihr das natürlich alles wollt. Das ist natürlich diese Commentary-Diskussionsrunde, wäre dann natürlich auch eure Unterstützung, bräuchte ich jetzt, sage ich mal, dabei. Bei den Tutorials kann ich größtenteils alleine machen, auch wenn ich da bei dem einen oder anderen etwas Hilfe bräuchte, könnte ich euch sozusagen mit in meine Videos einbinden. Das heißt, wenn ihr mir irgendwie unterstützen wollt, auch mal in meinem Video seid, wollt, dann könnten wir irgendwann mal zusammenzocken. Und so, ja, engere Freundschaft, sage ich jetzt mal, daraus entstehen zu lassen. Ansonsten habe ich mir noch überlegt, eventuell wieder ein paar Tipps und Tricks zu machen, was eventuell mit dem Tutorial sich überschneidet. Dass ich euch zum Beispiel zeige, wie ich immer laufe, welche Laufwege ich habe, welche Waffen ich immer benutze. Und im Allgemeinen so meine Tipps, meine Erfahrungen, die ich jetzt in dem Spiel gesammelt habe. Ich bin jetzt online nicht so ein hohes Level, ich bin, glaube ich, jetzt Level 66. Aber aus meiner Freundesliste habe ich, glaube ich, den höchsten Level von allen und das höchste Level von allen. Und wollte euch einfach mal fragen, wie das bei euch so aussieht. Welche Art von Videos ihr jetzt sehen wollt, ob ihr jetzt Tutorials sehen wollt, irgendwelche Fake-Clips von mir oder irgendwelche lustigen Sachen, die mir beim Zocken passieren. Wenn ihr mir die Sachen in die Kommentare schreiben könntet, wäre ich euch sehr dankbar dafür. Ansonsten kommt hier morgen die neue Map raus und dazu werde ich dann wahrscheinlich auch ein Video machen oder ein Gameplay hochladen. Eventuell mal ein Live-Kommentary, wie ich live spiele, was meine Gedanken sind, während ich zocke. Was natürlich ein bisschen schwer sein wird, denn beim Zocken, also beim gleichzeitig noch konzentrieren aufs Reden, könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber ich kann es ja mal versuchen, zum Beispiel, warum ich jetzt links um die Ecke laufe, anstatt rechts um die Ecke. Was denke ich mal, vor allem bei einer neuen Map, wenn man die zum ersten Mal spielt, eventuell ziemlich hilfreich sein könnte. Ansonsten denken sich viele, ja, ich würde jetzt da und da rumlaufen. Und ich laufe dann zum Beispiel rechts rum, ihr würdet links rumlaufen, dann könnt ihr erklären, warum ich da gerade lang gelaufen bin. Und wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich für alle, die zugeschaut haben, für euren Support dieses Jahr. Und ich werde versuchen, jetzt noch dieses Jahr vier, fünf Videos rauszuhauen. Ansonsten, ciao. Ansonsten, ciao. Voilà. Am